Beim Laufen insbesondere gibt es natürlich viele Momente, an denen auch ich echt zu kämpfen habe. Es ist so die Sportart, die natürlich am schönsten ist, wenn es läuft, wenn man meint schweben zu können. Aber es gibt halt auch echt viele Momente, wo man mit sich selber und der Welt alleine ist. Da denke auch ich über Gott und die Welt nach und für mich ehrlicherweise war ein einschneidendes Erlebnis, als ich mal nicht mehr laufen konnte. Als ich verletzt war und es auch hieß, dass ich vielleicht nie wieder laufen könnte, das mir vor Augen geführt hat. Das ist eigentlich was sehr schönes ist und dass ich für jeden Meter, den ich schmerzfrei laufen kann, dankbar bin. Das macht es für mich in schweren Minuten und manchmal einiges leichter.